Wie funktioniert nur dieses neumodische Ding? So vielleicht? Na, hallo? Ja, was? Was, ich soll es horizontal halten, sonst wird meine Seele im Feuer der Hölle schmorgen? Okay. So vielleicht ist es besser. Wo ist jetzt die Kamera? Da, hallo. Ich bin momentan auf dem Weg zu einem Festival. Ich wurde da irgendwie eingeladen zu einem Entschloss. Es nimmt sich, glaube ich, Leipziger Buchmesse. Und da habe ich gedacht, ich probiere mal diese neumodische Technologie aus und wollte euch mal mitnehmen. Also, ich glaube, wir sehen uns dann dort. Also, bis gleich. So, wie geht das jetzt aus? Ist das schon das Intro? Ja, ich habe nämlich jetzt auf YouTube geguckt, wie man das so macht. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ich kann nicht sprechen. Ach so, wir haben das wieder gelernt. Wir haben es doch jetzt Künstler schon ne Weile jetzt. Denn weißt du, warum wir hier an diesen tollen, ja, verwahrlosen und nicht stark besuchten Strand stehen? Hältst du mal? Denn heute wird sich natürlich unser Jahrestag. Und ich habe dir dann natürlich ein Geschenk mitgebracht. Anti-Schuppen-Shampoo. So, und hier, ich überreiche es dir feierlich. Ich sage, du kannst nicht lachen und reden. Nein, natürlich nicht. Ja. Wir sind jetzt nämlich schon, ähm, seit unserer Hochzeit und so, sind ja auch schon wieder, ach, pfff, die Zeit ist vergangen. Und, ja, gucken wir mal. Ihr gefällt es auf jeden Fall. Gucken wir mal, was noch so tolle Sachen jetzt so abgeht hier. Auf dieser tollen Messe hier. Was ist da? Der Egel. Ach so. Der ist so süß. Hallo, Annika. Oh mein Gott, ich will so eins. Klar. Was denn? Ich will so eins. Ach? Du selbst. Möchtest du weiter filmen? Ich will so eins. Ja, das ist wirklich schön. Wir müssen einfach kurz zur Arbeit gehen. Der, der ist jetzt super wichtig. Der, der ist jetzt super wichtig. Aufsehen. Das ist gut. Ah, das glaubt ihr gönnt. Ja. Schau mal in so kleinen Gebührchen. Puh. 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 Das ist schönes Licht so zum Aufnehmen, weißt du? Das ist voll das schöne Licht gerade. Auf welchem Deck befinden wir uns jetzt nochmal? Du hast mich hierher geleitet. Oh, denn dein Hoden, der macht mich froh! Was, dein Hoden? Nein! Schön wärs natürlich auch, wenn man die Kamera drehen könnte, aber ich drehe euch jetzt einfach mal. Schenke uns gefälligste Anhänger! Bären! Ariel! Ariel! Wieso kostet das? Oh! Ich glaube diese Figuren werden sehr gut bei den Zuschauern ankommen. Oh wie süß! Kaufst du mir diese Tippe? Krasser Autofokus, schön auf die Tippen geklickt. Wenn die nicht so teuer wäre, dann wäre sie getippt. Das bin ich! Das ist Spinnisch! Das ist scharf! Ja, ja, Autofokus on point! Oh! Oh! Guten Tag! Willkommen bei Ariel am Set! Ja! Wir können jetzt ertönen! Mit Kameramann und Fabius! Fabius! Ich war doch nicht bereit! So, wir machen uns jetzt von dann! Wir werden zurück ins Schloss reiten. Oder schwimmen! Aber wir haben noch Dr. Haus gefunden! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage euch auch was zum Schluss. Entschuldigen Satz zum Schluss. Oh, was ist das, Sir? Woo!